Der Campingas One Series Compact EX-CV ist ein kompakter Grill, der alles bietet, was ein Grill braucht. Er ist ausgestattet mit einer elektronischen Zündung, einem emaillierten Deckel für besseren Schutz des Materials und wird betrieben mit der Campingas CV470 Kartusche. Die Regelung erfolgt ganz einfach über diesen Knopf an der Seite. Im Inneren ist der Grill ausgestattet mit einem gusseisernen Grillrost. Das sorgt für eine gute Wärmeverteilung und für eine schöne Markierung des Fleisches. Der Brenner in diesem Grill ist ein sogenannter Heat-Core-Brenner. Er hat in der Mitte noch einmal zusätzliche Flammen, die dafür sorgen, dass auch die Mitte sehr gut beheizt wird. Die Reinigung des Grills erfolgt auch sehr einfach. Man wischt ihn am Ende des Grillens einfach aus und unten drunter befindet sich eine Fettauffangschale, die einfach hinten rausgezogen wird. Auch diese Fettauffangschale lässt sich mit Aluminiumfolie auskleiden, sodass die Reinigung zum Kinderspiel wird. Mit der CV470 Kartusche lässt sich der Grill für circa 2 Stunden und 15 Minuten bei Vollgas betreiben. Das ist durchaus ausreichend für 4 oder 5 Grill-Sessions. Die CV470 Kartusche ist mit dem EasyClick Plus System ausgestattet, was es ermöglicht, die Kartusche sehr einfach anzubringen. Einfach aufsetzen, eine Vierteldrehung und schon ist die Sicht verschlossen. Genauso leicht lässt sie sich wieder entfernen und bleibt dann auch dicht, dank des Ventils, was darin eingebaut ist. Damit lässt sich die Kartusche an mehreren Geräten hintereinander einsetzen. Einmal am Grill, dann an der Gaslaterne oder am Kocher.